Tut mir bitte eingefallen, ihr könnt, ihr könnt nicht gescammt werdet, wenn ihr das macht, was ich euch jetzt sagen werde, Leute. Ihr könnt gar nicht mehr gescammt werden. Benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Starcode Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute, willkommen zu einer der Folge und heute spielen wir wieder Adopt-Me. Und ja, Adopt-Me-Fans, wir müssen reden. Ja, heute geht es mal um Scammen, um mich und Faker von mir und anderen großen YouTubern. Und darum, wie du gar nicht mehr gescammt wirst. Ja, Leute, darum geht es halt in diesem Video. Ich muss ganz, ganz dringend mit euch reden. Mit der deutschen Community von Adopt-Me, mit jedem von euch. Das heißt, teil bitte dieses Video mit all deinen Adopt-Me-Freunden. Es ist sehr, sehr wichtig, ja. Und falls dir das Video gefällt, kannst du auch gerne einen Daumen hochgeben und natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr weiteres über Adopt-Me zu verpassen. So, Leute, also mir sind folgende Sachen aufgefallen. Und zwar kriege ich so unglaublich oft in den Kommentaren geschrieben, Hä, Jojo, warum hast du mich gescammt? Wieso scammst du mich, Jojo? Leute, ist das euer Ernst? Warum? Sagt mir, warum sollte ich euch denn scammen? Also, guckt mal, Leute. Es gibt von vielen YouTubern, von mir oder auch von anderen Roblox-Adopt-YouTubern, gibt es so viele Faker. Ich habe auch schon viele Videos über mich auf YouTube gesehen, wo Leute irgendwie mich getroffen haben, anscheinend, obwohl ich das nicht mehr war. Und Leute, ich bin das nicht. Ich scame nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie gescammt. In keinem einzigen Spiel, außer es war ein Scammer. Also, dann habe ich das auch aufgenommen, habe es euch auch gezeigt, Leute. Ich habe einmal Scammer wurde gescammt hochgeladen. Das war das einzige Mal, wo ich quasi gescammt habe. Und da habe ich einen Scammer gescammt. Ich kann euch versprechen, Leute, ich gebe euch jetzt mein Wort. Ich habe noch nie in meinem Leben gescammt und werde es auch nicht. Ich gebe euch mein Wort. Leute, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr mich oder auch einen anderen Roblox-YouTuber, einen anderen Roblox-Star, den ihr mögt, den ihr euer Idol oder sonst was, wenn ihr den in Adobe trifft, dann müsst ihr darauf achten, dass in einem Namen nicht zum Beispiel hier diese Klammern sind, Leute. Wenn sich nämlich jemand den Namen bearbeitet hat und dann diese Klammern drum sind, dann seht ihr, der Name ist nicht echt. Das ist ein Fake-Name, den er hier mit reingeschrieben hat. Wenn da nicht die Klammern da sind, dann ist das der Original-Name, Leute. Außerdem bei mir oder bei anderen Roblox-YouTubern ist es auch so bei mir vor allem besonders. Ihr drückt einfach den Knopf, wo ihr dann hier hinkommt. Auf der Tastatur ist das Escape auf dem Handy. Dann findet ihr das auch schon. Ihr wisst ja, wo das ist. Und dort könnt ihr hier nochmal den richtigen Namen lesen, Leute. Meiner ist halt JojoCraft HP, genauso wie mein YouTube-Kanal heißt. Und hier bei mir ist es halt auch so, hier seht ihr nochmal den Skin. Und wenn ihr hier auf Ansehen drückt, seht ihr hier das super, super Happy Face, das überglückliche Grinse-Gesicht auf Deutsch ohne diese Krone. Und die kosten insgesamt, hier Leute, wenn wir mal auf mein Roblox-Profil gucken, dieses Gesicht hier kostet 66.000 Robux. Und diese Krone kostet 55.000 Robux. Und ich glaube nicht, dass ein Scammer, ein Faker von mir, diese Items auf seinem richtigen Roblox-Account hat. Ja, Leute, in Adobe kann man diese Items kostenlos anziehen. Das heißt, ihr könnt auch dieses Gesicht hier anziehen. Aber wenn es wirklich hier bei diesem Ansehen-Ding auch da ist, das Gesicht hier, bei diesem Fenster, dann bin zu einem Millionen Prozent ich das. Wenn die Person irgendwie JojoCraft HP heißt, okay? Dann bin ich das. Weil ich glaube nicht, dass Faker auch sich dieses Gesicht für 66.000 Robux kaufen würden, nur um Leute zu scammen. Aber es gibt so viele Scammer leider draußen. Und ich meine, Fake ist nicht das Einzige. Es gibt noch sowas, nennt sich Trust Trading. Das kennt ihr auch alle, Leute. Bitte macht einfach keine Trust Tradings mehr. Ihr werdet dazu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit gescammt. Und bitte, Leute, leiht auch keinen Leuten. Es gibt auch noch den Fall, ja, hey, ich möchte gerne ein Pad ausleihen. Kann ich das mal kurz ausleihen? Leute, ihr kriegt das Pad nicht zurück. Also bitte macht keine Trust Trades und leiht niemanden euer Pad aus. Selbst eure Freunde können euch scammen, Leute. Selbst eure Freunde können euch scammen. Und wie gesagt, passt auch bitte auf darauf, dass ich wirklich der Echte bin, wenn ihr mir was schenken wollt, wenn ich in eurer Lobby bin. Und viele schreiben auch, zeig Frost, zeig Giraffe oder so. Und dann zeige ich sie auch meistens, Leute. Wobei, es ist mir eigentlich egal, ob ihr mich erkennt oder ob ihr dann denkt, dass ich ein Faker bin. Aber Hauptsache, ihr glaubt nicht direkt, dass ein Jojo der richtige Jojo ist, wenn es wirklich nicht der richtige Jojo ist. Weil, Leute, es gibt so viele Faker von mir. Das ist unfassbar. Und ich will nicht, dass ihr von, quasi von mir, also dass ihr denkt, dass ich euch gescammt habe. Das ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Weil ich mag Scammer nicht, Leute. Und wenn du selber ein Scammer bist, dann hör doch bitte auf damit. Weil Scamming ist nicht cool. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben gescammt. Und guckt euch mal in den Inventar an. Das habe ich alles, alles ohne Scamming aufgebaut, Leute. Das habe ich alles ohne Scamming aufgebaut. Und das war ein harter Weg, ja. Aber ich habe das geschafft, ohne ein einziges Mal irgendjemanden gescammt zu haben. Ich kann euch mal ein kurzes Beispiel zeigen, Leute. In Adopt Me gibt es leider diese Tab-Liste nicht. Aber in anderen Spielen gibt es diese Liste. Und dort habe ich neben meinem Namen so einen coolen Stern. So eine Sternschnuppe oder so einen Meteoriten. Und wenn ihr in irgendeinem Roblox-Spiel, wo es diese Liste da gibt, eine Person mit diesem Stern da seht, dann wisst ihr, das ist ein YouTuber, der über 100.000 Abonnenten hat. Und das ist zu einem Millionen Prozent der Richtige. Weil, Leute, diesen Stern haben nur 400 Leute von allen Roblox-Spielern, die es gibt. Und das ist echt krass, Leute. Und ich habe den. Tatsächlich in Adopt Me sieht man den ja leider nicht. Weil hier gibt es diese Liste da nicht. Aber in anderen Spielen habe ich diesen Stern. Und dann seht ihr, dass ich der richtige YouTuber bin. Dass ich der Originale bin. Und dann wisst ihr auch zu 100 Prozent, das bin ich. Und wie gesagt, hier habe ich es euch auch schon erklärt, Leute. Und es gibt noch eine weitere Scamming-Methode. Und zwar, hier kaufe ich zu 3.000 Bucks das und dann gebe ich dir eine Neon Oval. Ja. Leute, die Person wird, nachdem ihr die Bucks bezahlt habt, das Spiel verlassen. Und dann habt ihr keine Neon Oval oder Neon Pet. Und bitte, tut mir bitte eingefallen. Ihr könnt, ihr könnt nicht gescammt werdet. Wenn ihr das macht, was ich euch jetzt sagen werde, Leute. Ihr könnt gar nicht mehr gescammt werden. Dann tradet einfach nur noch normal. Einfach nur noch normal traden. Ihr tradet jemanden an. Die Person legt ein Pad rein, wie zum Beispiel eine Neon Giraffe. Und ihr legt ein Neon Frost Dragon rein. Das ist ungefähr gleich. Und dann tradet ihr das so. Da kann nichts bei passieren. Nichts. Du musst halt wissen, was wert ist. Zum Beispiel jetzt ein Mega Neon Shadow Dragon zum Beispiel. Ist jetzt nicht so viel wert wie ein Scalorax zum Beispiel. Aber wenn ihr ungefähr gleich seid, wie zum Beispiel ein Robo Dog und ein Kitsune oder sowas. Wenn es ungefähr gleich ist, dann macht ihr einfach einen normalen Trader die Person an. Legt das rein. Die Person legt es auch rein. Nichts. Du legst zuerst rein. Dann macht ihr den Trade und die Person legt danach rein. Weil das ist dann meistens ein Scam, weil es ein Trust Trade ist, Leute. Beide Seiten legen die Pads rein, die ungefähr gleich sind. Und dann tradet ihr. Und so werdet ihr nicht weggescabt. Ihr kauft keine Pads, indem ihr hier bei einem Limonadenstand oder bei einem Hot Dog Stand da Geld reinzahlt. Und dann hofft, dass ihr das Pad bekommt. Ihr macht keine Trust Trades. Ihr liked niemanden eure Pads aus. Selbst eure Freunde. Also ich klicke so oft in die Kommentare geschrieben. Ja, mein Freund hat mich gescabt, Leute. Was sind das denn für Freunde? Scabt doch eure Freunde nicht, Leute. Bitte. Das sind eure Freunde. Warum solltet ihr die scammen? Ja, cool. Wenn ich dann Neon Frost Dragon gescabt habe, ist das ja cool. Dann habe ich Neon Frost Dragon, ja. Aber dann habt ihr einen Freund verloren. Das ist nicht so cool, meiner Meinung nach. Also bitte lasst euch nicht scammen und scamt auch nicht. Wenn ihr ein Scammer seid, ich zeige euch nochmal mein Inventar, Leute. Das könnt ihr auch bekommen, ohne dass ihr scammt. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Adopt Me spielen. Einfach hier jeden Tag. Wenn ihr die Aufgaben, am besten geht ihr als Baby, holt ein neugeborenes Tier raus und dann macht ihr die Aufgaben. Und so kriegt ihr Geld. Und damit könnt ihr dann Eier kaufen und damit Pads bekommen. Leute, ich hoffe, die Nachricht geht an so viele Adopt Me Spieler wie möglich raus. Ich hoffe, dass ihr nicht mehr von JojoCraft HP oder anderen Roblox YouTubern verarschen, darauf reinfällt. Ich hoffe, dass ihr halt immer nachguckt und nicht direkt glaubt, dass das die echte Person ist. Weil Leute, guckt euch das mal an. Selbst wenn ich jetzt hier so heißen würde. Ich bin ja jetzt zwar gerade der Echte, das wisst ihr ja. Aber selbst wenn ich so heißen würde, ja, dann bin ich nicht mal der Echte. Weil erstens stehen da Klammern und zweitens ist das gar nicht mehr mein Name. Und das fällt meistens gar nicht auf. Oder ich könnte mich jetzt auch, also JojoCraft HP ist ja mein Name. So, wartet mal kurz. Ich muss das mal kurz hier abspeichern. Zack. Wenn ich, wenn ich, so. Das merkt man meistens gar nicht. Okay, gut, das hier wird jetzt zensiert. Warum auch immer, Leute. Aber wenn der richtige, also man kann den richtigen Roblox Account, wenn man den erstellt, einen neuen, können wir den jetzt ja auch zum Beispiel, zum Beispiel Jojo, äh, Doppel-R nennen oder sowas. Wenn er halt nicht schon vergeben ist. Und dann fällt das meistens gar nicht auf. Deshalb müsst ihr unbedingt gucken, dass erstens um den Namen keine, keine Klammern sind. Zweitens müsst ihr genau drauf gucken, wie mein Name geschrieben wird. Mein Name wird geschrieben, Leute, großes J, kleines O, großes J, kleines O, dann Craft komplett klein und HP groß. Kann man sich eigentlich ganz gut merken, oder? Vier Großbuchstaben, der Rest alles klein. Beide Js groß und das Ende auch groß. Das ist alles, was groß geschrieben wird. Viele schreiben ja mein Name noch mit C in der Mitte groß. Das ist nämlich falsch, Leute. Mein Name wird in der Mitte C nicht groß geschrieben. Also so, wie der jetzt geschrieben wird, ist es falsch. Und das Einfachste ist einfach, wie gesagt, hier bei Ansehen drücken, wenn ihr mich gefunden habt. Und wenn ich dieses Gesicht habe, dann bin ich so 100% der echte, Leute. Wie gesagt, macht auch bitte keine Trust-Trates. Lasst euch nicht von anderen Leuten scammen und scammt am besten auch nicht, Leute. Es gibt halt so viele, es ist echt sehr krass, wie viele Kommentare ich bekomme, dass ich von, dass die Person von mir gescamt worden ist. Leute, ich hab euch mein Wort gegeben. Ich scamme nicht und ich werde auch niemals scammen. Ich find sowas nicht cool. Leute, mir ist grad noch was eingefallen. Ich kann mir ja einfach den VIP-Gamepass kaufen. Und alle Leute, die nicht-VIP sind, sind automatisch gar nicht ich. Dann müsst ihr euch auch gar nicht irgendwie verarscht fühlen. Dann wisst ihr automatisch, wenn die Person, die mich versucht zu faken, nicht-VIP ist, bin ich das auf jeden Fall schon mal gar nicht. Okay, Leute. Wo ist der VIP-Gamepass? Hier, Leute. 500 Robux gebe ich jetzt aus, damit ihr wisst, dass ich der Echte bin. Aber, Leute, natürlich, bevor ich das jetzt kaufe, es können auch VIP-Faker geben. Also, es kann auch jemand faken, der halt auch VIP hat. Also, wenn ihr ein VIP-JojoCraft AP sieht, heißt das nicht direkt, dass ich das bin. Checkt dann bitte noch die weiteren Sachen ab, die ich euch vorhin schon genannt hab. Aber, Leute, es wird einen Großteil der Faker minimieren, wenn ihr wisst, dass JojoCraft AP der Originale, der echte, Leute, ich, VIP hat. Okay, Leute. Kaufe ich das jetzt für 500 Robux für euch. Und easy, Leute. Jetzt hab ich VIP mir gekauft und wir haben jetzt sogar Zugang zur exklusiven... Oh, ich hab sogar eine Limousine, Leute. Ich hab 100 Bucks. Oh mein Gott, 100 Bucks. Und wir können jetzt in den VIP-Bereich rein, Leute. Das testen wir mal ganz kurz aus, Leute. Die Limousine spawn ich jetzt. Und hiermit fahre ich jetzt zum VIP-Bereich. Nur, weil ich jetzt VIP hab, heißt das nicht, dass es keine Scammer mehr gibt, die VIP haben. Das heißt, wie gesagt, falls ihr einen Scammer trifft, also einen Faker von mir, der auch VIP hat, das ist möglich. Aber, Leute, wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich die meiste Anzahl von Scammern, von Fakern minimieren. Das heißt, wenn ihr einen JojoCraft AP seht, der kein VIP hat, ist es zu 100% nicht ich. Und wenn ihr einen JojoCraft AP seht, der VIP hat, ist es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ich, Leute. Geben wir mal in den VIP-Bereich hier rein. Hier war ich noch nie drin, Leute. Mal schauen, was es hier so zu erforschen gibt. Wow. Okay. Also hier kann ich jetzt Party machen. Hier sind Geldbäume. Und hier sind kostenlose Snacks. Oh, die sind echt kostenlos, oder? Ja, tatsächlich. Nice. Okay, Leute. Weiter geht's mit dem Video. Und, ja, falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Benutze auch gerne mein StarCore Jojo, wenn du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Adopt-Me-Videos zu verpassen. Teile das Video doch, wie gesagt, gerne mit deinen Adopt-Me-Freunden. Ich hoffe, das Video hat dir irgendwie weitergeholfen. Ich finde, mir hat's auf jeden Fall weitergeholfen. Und ich wollte euch das Ganze nochmal gesagt haben, ich hab darüber schon mal quasi ein Video gemacht, aber achte mal, ich mach das Ganze nochmal, damit ihr alle Bescheid wisst, Leute. Ihr müsst einfach normal traden und ihr könnt nicht mehr gescammt werden. Das ist die Lösung des Problems. Fallt nicht so leicht auf Leute rein. Wenn ihr mich im Spiel seht, dann könnt ihr auch immer liebend gerne einen Screenshot machen. Aber fallt bitte nicht auf die Faker rein, Leute. Es gibt sehr, sehr, sehr viele. Und ich glaub sogar diese Hasenohren hier, Leute. Die Hasenohren, wenn die mir fehlen im Spiel, ich glaub, die kann man sich nämlich nicht in Adopt-Me aufsetzen. Nee, Leute, diese normalen Hasenohren, die ich immer aufhab', die gibt es in Adopt-Me gar nicht. Es gibt andere, aber die, die ich immer aufhab', die gibt's hier gar nicht. Die kann man hier gar nicht kostenlos auswählen. Das heißt, man müsste sie sich für Robux kaufen, um mich komplett zu faken. Also achtet darauf, wenn ich keine Hasenohren anhab', bin ich auf jeden Fall schon mal nicht der echte, Leute, weil ich hab immer Hasenohren an. Okay, Leute? Darf ich sagen, haut hier rein und ciao! Leute!